über 1000 1200 eu krieg dann hierdurch weil jeweils die zwei karbonräder 400 wenn ich auf 850 knapp wenn ich jetzt noch eines montieren mit dem stahl da kriege ich auch noch mal drei bis 400 bin ich auf 1200 durchs kabel krieg aber nur 1024 durch aber von oben kommt auch noch was runter vielleicht reicht es aus man die strecke geben ja auch echt im simmel schon die u-bahn das ganze laufen hier hallo mache hier ein bisschen schnellen schritt klang so als wären die hinten in den wartungsschacht rennen hätte ich die andere tür noch mitnehmen können dass ich die hier zum wartungsschacht ich muss mir ein messgerät bauen dass ich prüfen kann ob hier wirklich der ganze strom durchgeht ich weiß auch nicht wie viel ich verliere auf der ganzen strecke vielleicht muss ich dazwischen einfach ein paar speicher geräte einbauen wenn man es in doch 7 x 64 länge so geht die sonne auf oder unter die geht auf gerade genau kabeln die nehme ich auch noch mit an leiter steine sonst keine ahnung was ich noch brauchen könnte kann ich einfach das ganze irgendwie stabil hinzukriegen weil wenn sollte hier genug oben sein deswegen habe ich den platz hier ausgewählt hier drehen sich beide hier wird ein schweger werden irgendwas zu machen dann müsste ich die nächsten hier oben her bauen hier etwa das kabel hier anbringen wird natürlich nicht einfach werden das würde ich hier verstecken so da so da so da so da ja wenn ich hier hoch gehe passt das stellen hier hier so hier mache ich zu sich hier auf jeden fall eine gerade fläche abzugehen nicht runterfallen kann so schnell verdammt wo ist denn jetzt ich glaube hier runter da muss ich hier nochmal ein bisschen mehr zu machen da unten ist mir so scheißegal ob da jetzt nicht hinkommen oder nicht und sind so im mobs in den nie vermutlich das sieht so alle scheiße aus meiner meinung so kommen hier noch ein paar fackeln hin und hier gehe ich nach oben wo haben wir ihn hier stein ziegel so 1 2 3 4 dasimetral bis dahin in den der bis dahin wir 4 5 6 7 1 2 Kinetischer Windkarte, das probiere ich jetzt einfach mal, ob das so funktionieren würde. Wo sie aufpassen, dass sie sich nicht auf der anderen Seite darunter fliegen. Hm, könnte geklappt haben. Genau, funktioniert. Ach komm schon, dämliches Kabelteil, dreckiges. Wie viel pumpt der da rein? 300. Wieso steht der jetzt? Ja, toll. Ist ja eventuell im Bereich drinnen. Und, weil er sich nicht mehr drehen. Sind doch zu weit zusammen. Ja, dann wenn ich den hier abbauen, dann kommt der da drüben rein. Muss ich einfach größere Abstände machen hier. Aha, wo ist hier das Problem? Zu viel Wand hier oder was? Eigentlich nicht. Ach komm schon. Was soll denn der Bullshit hier? Bin zu schwach. Das ist echt ein Schwachsinn, ja. 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 Ja.